Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Mittelgedöns! Und? Wir haben jetzt glaube ich nur noch zwei... Ne, drei. Hier ist ja nur zerstören und hier nochmal sowas. Und dann haben wir es und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Wald. Genau, wir müssen uns sputen. Ich denke mal hier drei Folgen hinterher in einer Weckung was sammeln. Uiuiuiuiui, aber gehört dazu. Malone's out the pocket, ich komme. Was werden wir da? Gras ignorieren? Uuuuhh, ihr seht mich nicht. Wo? Nein, nein. Ich hatte ihn. Ich dachte, ich hätte ihn nicht und dann habe ich wieder weggedrückt. Ich bin ein von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Corsaren sind sicher weniger edelmütig, als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. Gut. Als ich Waldläufer wurde, dachte ich, ich würde die ganze Welt sehen. Es ist doch überall das Gleiche. Die ehrgeizigen Kämpfen gegen die Trägen. So ist es. Der Ton gehört zu uns. Wieso gehörst du denn auch nicht zu uns? Schäm dich. Hier. Krass, Hand. Voll eine Backpfeife. Bämps. So. Wir wollen dorthin. So. So, so. Wer so sagt, hat noch nicht gearbeitet. Sucht weiter. Wahrscheinlich Spulen lesen und dann habe ich wieder eine ganz andere Aufgabe am Start. Hört auf, mich zu sehen. Ich schenke euch gleich mal Beschäftigung hier. Karagor klatschen. Nein, lass mich. Lass mich. Nein. Ich habe gerade nicht gedrückt. Ich habe gerade nicht gedrückt. Der rollt und rollt und rollt und rollt und rollt und rollt und... Nein! Nein, 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 nein. Nein. Klappe. Schreibe dir und war sie. Garett. 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 Der hat sich fast an wie Zigarett. Und. Yeah. Los, schnell bevor sie abhauten. Und? Stören. Bämst. Und? Sag mal, können die sich nicht... Die, die, die kündigen sich doch... Satz da mal an. So, ich gehe jetzt episch in den Wald. Ja, ja. Hört auf zu quatschen. Episch in den Wald. Das ist der Wald hier. Brutale Natur. Boah, ab in die Wälder. Seltsame Musik. Okay. Mhm. So sägt das auf. Irgendwie will mich jemand... Ey, ich renne mit euch mit. Gruppenzwang. Gruppenzwang. Was? Infobox. Der Tag geht hinter mir her. Ja. Mh. Ich drück doch. Hab dich. Du wirst dich jetzt beugen, ey. Wir wollen nämlich hier noch... So einiges auflöppeln. Ach. Ach, nö. Auf so einen... Weißen Kar... Ach, da. Ach ja. Das wird schön. Ich hab keinen Bock auf so was. Neu. Tue ich aber nicht. Komm mal. Komm mal. Stell uns. Stell uns. Die gehören auf jeden Fall zu uns. Ich denke mir mal, dass diese Richtung richtig ist. Ach, es ist ruhig hier. Keine Orkse, die rumquatschen. Irgendwo. Die Knie mit dir. Ich bin da. Folterer. Das ist aber ein kleiner Folterer. Oh, die Kleinen sind die schon im Sinn. Das. Er. Was? Wer? Ich bin nicht verwundet. Bin ich verwundet? Ich will ja auch nicht immer alle. Ich möchte auch mal ihn füllen. Ich meine, sammeln. Es reicht dir. Komm her. Ich muss mich wieder... Ey. Dankeschön. Ach ja, nur mal ein bisschen aufladen. Ist das denn zu viel? Macht er gerade Mensch hier? Jo. Ich kann das nicht. Was ist das denn gerade? Ich kann für die Feine. Ich bin nur auf Durchreise, Leute. Alles gut. Oh, was hat das doch bestimmt da? Hinter mir. Kommt doch bestimmt gleich was. Du bist mein. Du bist mein. Wir sind denn eins. Äh. Herzlos. Herzlose. Super. Da habe ich jetzt... Sehr viele. Aber die werden eh nicht lange halten. Sehr viele an uns gerissen hier. Verbündete. Wir wollen in den Wald. Und tschüss. Ja, 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 ja. War bestimmt da. Du weißt, was wir hier drin finden, oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nicht du! Hab Gnade, Waldläufer! Lass mich hier nicht so zurück! Was ist hier geschehen? Beherrsche ihn. Und du wirst die Wahrheit kennen. Befrei! Jo, mach ich. Sie tötet einen nach dem anderen! Spinner? Grubenbiester zu Hunderten! Komm hervor und zeige dich! Heraus aus der Grube, geknechtet sind Flüsse wie Bäume. Ich nehme an, das ist das Werk von Karnen? Dies ist der Wald von Karnen und sie schützt ihn mit der geballten Macht der Natur. Dieser Wald ist im gleichen Maß von Tod wie von Leben erfüllt. Sie sind untrennbar verbunden. Das ist Karnen. Du hast keine Ahnung, wo du hier reingeraten bist. Ja, ich werde es erleben. Hier kommst du nicht lebendig raus. Lass gucken. Lass gucken. Was ist sie? Die Karagor? Figule? Sie ist alles. Nähren werdet ihr 1000 Mäule. Mhm. Ich weiß nicht. Warum greifen diese Bestien uns nicht an? Sie hören ihr Lied. Sie sind ein Teil von ihr, so wie sie einer von ihnen ist. Doch sie schützen sich. Sie beobachtet uns. Nein. Sie ruft uns zu sich. Diese Karnen waren nicht untätig. Wo bist du? Was ist das? Was ist das? Sie haben das von mir. Schneid mich los, Tak. Wir kämpfen uns frei und legen unsere Differenzen bei. Hier. Hier sind wir. Ich hab es, der Baum, sie ist der Baum Der Geist Karnens ist Baum und Biest, Zahn und Klaue, Wurzel und Speer Äh, ich kann nichts machen Na, das war vorher aber nicht hier Was ist denn der Baum? Hey Jetzt zappen wir in der Falle, wett mal Ja Hm Gewandelt und verkommen, dieser Fleischling Wo ist die Fäulnis? Deine Knospen? Wächst du oder wälkst du? Nein, nein, nein Ein lebloses Biest bist du Doch nein Du stirbst und stirbst Nicht leblos, sondern untot Hm, vom Fleisch hingesucht Talion, wir können sie nicht besiegen Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Leg dein Schwert hin und knie nieder Niemals knie ich vor diesem Ding Hm Hm Ah Komm, Untote Die Bestien Mordors werden dein Untergang sein Wahnsinnig Weil ich richtig drücke Hä, ich hab gedrückt Zahn und Klaue bringen Heilung Oh nein, oh nein, oh nein Nein Oh Sollte mich vielleicht richtig kümmern Nein Und weiterschmeißen Hüterin der Wildnis Karnen Komm raus Ich hab gar nicht mehr so Wem rufst du dazu? Ich will mich jetzt verarschen Oh man Toll, Elementor Kann man den mit dem Seelunterdrückstein Na ja Für uns drei Na ja Super Angraben Reingregen Kleine Schuss in den Kopf Täuben Welche Wunderheit ist das? Ich schieße dir was in den Kopf Aber ich bin wohl nicht aufgeladen Hör auf das Sonnefleisch Hör auf das Sonnefleisch Ich will nicht leiden Alte Wunde neu geöffnet Jetzt bluten wir Oh Ich hab Ich hab Oh Oh Hallo Hallo Ein Schuss nur noch Was war denn das? Wieso hat er sich nicht mehr bewegt? Eins auf den Eins auf den Oh ich will das eins auf den Hallo ich seh nichts Was Was soll denn Das ist dann also auch die Natur? In all ihrem Zorn Kannst du sie bitten aufzuhören Der Wind lässt nicht mit sich reden Das soll hier wohl ein Test sein oder was? Wie soll ich das hier bestehen? Das ist ein bisschen manchmal Ich meine es ist so einfach Feuer dem Wald Feuer den Bäumen Die Asche soll uns nähren Was kommt danach? Eigentlich gar nichts weiter Wir haben es geschafft Gott sei Dank Mir scheint als ob diese Karnen gar nicht so mächtig sind Tschüss Ich brauch Pfeile Mhm So kann man ja Wo sind wir denn jetzt hier? Unter der Erde Entfesselt Entfesselt Um wieder und wieder aufzuerstehen In ein Loch mit dir Was haben wir entfesselt? Das Leid der Wälder Den Schrei der Flüsse Großer Geist von Karnen Klage nicht, schweig still Ihr erweckte Targorod In tiefster Kluft vergraben Des dunklen Herrschers Auge Es nährt seine Flammen Eure Schmiede Das Zündholz für die nahenden Feuer Brennt ihr Brennen wir Ein Feuer für alle wird es sein Was haben wir erweckt? Untod Ringschmied Deine Schmiede singt Ein Riss zieht durchs Land Feuer erweckt von kaltem Ring Wir folgten deinem Ruf Wir wollen helfen Oh, das werdet ihr Du Ein untodes Biest Du Vom Fleisch heingesucht Wir finden Targorod Geht jetzt Der Balrog wartet Er erwacht in Schicksalsschatten Kämpft und sterbt Und erwacht zu neuem Kampf Bald Und bald Tod bezwingt Untod Was? Wie bitte? Nochmal Ich konnte nicht ganz folgen Was sollt Was Was Wir sollen sterben Und dann wieder auferstehen? Ich Ja, und das ihr Lieben Werden wir denn in der nächsten Folge tun Bis dann Tschüss was ist Vielen Dank.